Also die Corona-Zeit, wenn da so gar niemand kommt, ist schon sehr einsam. Ich bin es ja gewohnt, dass ich ganz viel Kontakt habe und ich will ja mit Leuten was zu tun haben. Ich will mit Familien arbeiten. Ich habe Kindergärtnerinnen gelernt, die wollte immer mit Leuten arbeiten und das ist dann schon sehr einsam. Also das vor allem, wenn du sagst, du arbeitest zu Hause, wir sind dann irgendwo rausgekommen. Aber jetzt bin ich natürlich, also wir freuen uns alle schon, wenn es wieder Leben am Hof ist. Das ist ja auch ein Grund, warum wir die Vermietung machen. Wir haben einen großen Hof, wir haben viele Gebäude und wir wollen, dass das belebt ist, bewohnt ist, dass sich was rührt bei uns und das ist natürlich dieser Ausblick, der macht uns jetzt Mut, den wir jetzt da haben, dass es jetzt wieder losgeht.